Und da sind wir auch schon wieder zu Xenoblade Chronicles 2. Weiter geht's mit der Hauptstory, gehen wir nach Fonset Rex Heimatdorf. Und ich glaube wir sind jetzt dort angekommen. Das müsste sein Heimatdorf sein, riesengroß. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir jetzt hier oben hin müssen dann. 105 Meter, aber wir wollen ja ein bisschen umschauen. So, Servus Leute! Hey, guck mal, wo wir jetzt hier oben sind. Gucken wir mal, dass wir hier Übernachtungsmöglichkeiten und sowas haben. Ich wubbel mich mal kurz weg, Leute. Rex, Rex, Rex! Oh, das scheint sehr bekannt hier in dem Dorf. Der Bergungstaucher, der es raus geschafft hat, sozusagen. Kirk, Kazuna? You guys sure have grown. And hey, is that really? That's our mark. He'll be going away to school and in Dolce soon. Thanks to the help you've been sending us. Ah, das ist doch... Auntie Corinne. Good to see you. Wow. This is quite a welcome. I didn't realize you were sending your money home. That's very adorable for such a young man. Home, huh? Oh, old lady have lots of little ponds. Masterpond, these clearly not are little ponds of same parent. My word, is that old Azurda, then? What have you gone and done to yourself? That would take some explaining. Incidentally, is there some way you could put us up for the night? Long day and all. Is there some way? Don't give me that. Stay for as long as you like. What's mine is yours. Thank you. Auntie, thank you so much. I think I'll go for a bit of a walk first, though. Ah, yes. Leave your friends with me. Pyro, could you come along too? Oh, of course. Right then. Come with me, all of you. We've already been here. We have been at the beginning of the game, we have our family, I think, 90.000 gold sent. und mal schauen ob sich das jetzt rentiert hat ich war habe immer hin und her überlegt soll ich das geld schicken soll ich es nicht schicken weil das war unser erstes geld eigentlich aber ich habe es dann doch geschickt und naja mal schauen ob es was gebracht hat da ist ein harmonie gespräch wenn wir noch auge machen ok da brauchen wir dann die anderen klingen dafür oder eine großzügige spende hätten die mich nie angenommen ja das war halt ganz zum anfang die spende was ich gemacht habe sehr cool Gibt nicht die Gehölte in dem Dorf? Ah, da ist die Klinge... oder was ist die Klinge, ist es nicht, ja? Okay. Okay. Schaut schon sehr cool aus. Okay. 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 Ah, hier gibt's Händler. Sehr schön. Gemüsehändler, Fischhändler. Können wir eigentlich mal ein bisschen Rabatt geben hier. Ich kaufe einmal von allem etwas. Weiß ja nicht, ob wir mal was brauchen. Okay. Okay. Gibt's hier irgendwie Sammelobjekte oder sowas? Ah, ich glaube hier kommen wir hinten wieder hoch. Hoch in der Ranken. Okay, dann müssen wir da ein paar Feuerelemente aus... Die kriegen wir auf jeden Fall auf. Das wird vielleicht ein Problem sein. Und dann kommt es wieder auf. Ach, das ist alles. 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 in der teurer sogar hier 10.000 mein gott da kaufen wir nichts ist mir zu teuer aber wir haben keine waffenhändler gesehen was hat denn die hier da gehen wir nicht hoch da ist top story guter weder okay könnten wir uns schon wieder lassen haus ja nicht relativ sonne und ordnung kann man nicht ein haus in dem spiel haben das wäre ja cool wenn sie so eine möglichkeit geben würde das nia die kann man nicht an sie 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 hier sind wir wieder am anfang wollte ich nur noch mal schauen hier ist eine sammelstelle komm raus komm raus werdet ihr unten in das haus reingehen können können wir da schlafen übernachten oder sowas dann würde ich sagen das auch noch ein schatz dann würde ich sagen gehen wir noch mal da hoch und machen schon mit der quest bis dahin da geht dann müssen wir eigentlich alles gesehen haben jetzt hier kann man nirgendwo rauf springen ok da sind, das ist ein schatzhof woanders sind wir we das ist ein schatzhof Was? Sorry, ich glaube, ich habe nie gesagt, dass ich dir genau so gesagt habe, ich habe... Nein, es ist okay. Ich bin sorry, ich habe nie gedacht, ich habe zu fragen. Ich wollte dich zu treffen, doch. Zu treffen? Wie ist das? Hey, Mom. Dad. Es ist ein Zeitpunkt. Ein Tonne hat sich gemacht, du kennst. Ich bin ein Fahrer. Und diese Frau ist Pyra. Mein neuen Partner. Ich weiß, dass du sie liebst. Wir gehen nach Elysium, Pyra und ich. Ich weiß nicht, was wird weitergehen, aber Sie werden uns beobachten, richtig, Leute? Rex? Okay. Let's head back. Okay. Okay, ich spreche mit Tante Corinne, die im Hause von Z wartet. Oh, hallo. Wie wäre es, wenn wir alles zusammen essen? Ich habe schon alles vorbereitet. Dann kannst du mir auch in aller Ruhe erzählen, was mein kleiner Rex in letzter Zeit so alles erlebt hat. Okay. 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 Oh, no, don't worry about it. Okay. 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 Ja, aber mit mir hier, er wird sogar noch mehr suffer, verliert sogar noch mehr. Also vielleicht... vielleicht Rex ist besser ohne mich. Rex... und der ganze Welt. Sie müssen mich nicht. Das ist nur so, wie es sich fühlt. Jetzt, dear. Okay, time to move out. See you soon, Rex! You take care now, and keep yourself out of trouble, Azurda. Ah, you know me. I prefer the quiet life. Thank you for everything. Pirate, dear, I don't know what you've been through before, but you should know you're not alone anymore. Rex is a strong boy. You can depend on him whenever and wherever you need him. I know. I'll try. Huh. What was all that about? Nothing at all. Right? Nothing for your ears, Rex. You just concentrate on what you're doing. Work hard and do your best. Sure. I will. Ja, da bin ich da spannend, ob die noch heiraten. Nun, wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit wieder einmal zu Hause gewesen zu sein? Super. Alles ist so, wie ich es in Erinnerung hatte. Bis auf die Kinder, die sind gewachsen. Wie bescheuert. Haha, ich klinge wie ein alter Mann. Jedenfalls können wir jetzt weiter, wenn ihr wollt. Sehr gerne, Rex. Keine Sorge, es liegt mehr weit. Der Hafen ist ja direkt auf der Inselnleben an. Komm, hier geht's lang. Wie nehmen wir denn mit? Komm, wir lassen es jetzt mal so. Warum können wir das nicht unterm Kampf ändern? Das nervt ein bisschen, dass wir das nicht, äh, oder zum Beispiel wenn wir irgendwo frei sind, dass wir das dann nicht irgendwo ändern können. Okay, dann gehen wir mal zum Hafen. Komm, kommt jetzt klar, dass sie mich jetzt angreifen. Komm, kommt jetzt klar, dass sie mich jetzt angreifen. Komm, kommt jetzt klar, Das war's für heute. Das war's. Wir sollten alle Zeit bereit sein. Wir sollten alle Zeit bereit sein. Wir sollten alle Zeit bereit sein. Okay, neue Quest. Gestohlenes Andenken. Ja, machen wir jetzt mal. Kann ja nicht so weit weg sein. Okay, Beobachtungsgabe brauchen wir noch mal. Sehr gut. Aufmerksamkeit. Strukturelle Analyse und Progresso. Da. Jetzt geht's. Jetzt kann man einmal Konzentration. Und? Hmm. Hm. Ich glaube, hier können wir nichts machen, aber hier könnten wir eventuell. Konzentration. Und dann noch einmal Beobachtungsgabe. Ah, da haben wir es eh schon. Optimal. Dann müssen wir es eh schon aufkriegen. Ich denke, objektivisch. Sehr gut. Entschuldigung. Strukturelle Analyse und Fokus. Fokus. Da. Das soll es tun. Komm schon, komm zu meinem Leben. Flora heals eine Aching-Soul. Okay. Hm. Ich glaube, die lassen wir jetzt erstmal die Quest. Komm aus, komm aus. Die Waldkunde so viel haben wir nicht. Hm. Ich würde gerne... Ursula nehme ich jetzt nicht mit. Aber ich glaube, wir könnten noch das Harmoniegespräch jetzt führen, oder? Unten. Ja. Paar. Ja. Ja. Oder? Das war's für heute. Wulfric? What big voice about? Seem to be getting very worked up for something. What Wulfric planning? I want to talk more with others. But everyone is scared of me. I am not a scary person. Wulfric is kind blade who doesn't even crush ants on path. I'm sure people will get the message you're a big softie if you talk a bit more. Maybe talking hard for Wulfric though, growling more normal for him. Yes. Everyone runs from my voice. Daddy, how can I fix this? That old foggy's in a spot to bother. Why don't you go and help her? Very good. Maybe if Wulfric does nice thing for someone, we'll know Wulfric nice. Dora will tag along. Yeah. Are you okay, old lady? Oh, I've been trying to get back home. But my knees are right done in. My eyes aren't up to much either. If I get a bit out of breath, I can't see a blessed thing. Oh, uh, madam, let me help you. Oh, thank you so much, young man. I'm much obliged. Okay to walk? Yes, I think I can manage that. Oh, what's this here? Funny place to put a rock. Uh, no, that's part of my body. Oh, my. What a burly gent I'm getting walked home by. The neighbors will be talking. Madam, watch your step. What the bloody hell's that thing? A bloody monster's what it is. Oh, sounds like there's a bit of a commotion. It is nothing. Just some monster. Oh, I don't like the sound of that. Let's get home quick. Do not worry, madam. I will protect you. Oh, my hero. I don't doubt it. This is where you live? Yes, this is my humble abode. Thank you so much, young man. Will you tell me your name? I, uh, Wolfric. Oh, that's a funny name. But thank you, Mr. Wolfric. Oh, you are, uh, most welcome. Great job, Wolfric. Keep that up, then you'll get a proper good rap. Yes. I must keep being nice. Everyone, thank you. Happy to report mission was a success. Nicely done. Any feedback? No. I can keep getting better. I've still... I'll be sure to back you up. I can keep getting better. My strafe grows by the day. Can I give Barry a treat as well? Part of the battle is in the preparation. Everyone's counting on me. Hey, I gotta step it up. Got it. We are Ursula's new groove. And we'll do what we can. I'll support you in every way. Okay, understood. Understood. Call us the flying Murpho. Yep. Just leave it to Boris. Yep. Ich werde weitergehen. Update install New a master pond will like from power hope This feet ah noop I grow I shall wield this power my heart beats faster I Will prove myself I Love this I can eat this stuff day and night I 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